Nummer GT Ist das der Vorsprung? Ich glaube das ist eine Schließung. Und das ist ja kein Rennauto, das ist ja ein Touri. Jetzt sind die Reifen noch wärmer. Ja, du weißt jetzt nicht mehr, wie man... ...eine ganz schwierige Stelle hier zu machen. Das ist ein Schlummer. Schlummer GT Aber die Schwerde ist geil. Ja, klar. Pferd Das könnte man fast nicht sagen, dass das ein Frontantrieb ist. Ja, das wird aus 최고. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020